Zeit für eine neue Skizzenbuchseite. Heute zeichne ich mal wieder ein Tier, ja wer hätte es gedacht, aber nicht irgendeins, nein, sondern Loki. Er hat nämlich heute Geburtstag und wird fünf Jahre alt. Ich sketch ihn erstmal mit Bleistift vor und koloriere ihn anschließend mit Aquarell. Doch, wer ist Loki eigentlich? Loki ist ein kleiner Schelti, er bellt dementsprechend sehr gerne und ist sehr wachsam. Er mag andere Menschen nicht so gerne und zeigt es denen auch, wenn er sie komisch findet und wenn er hungrig wird, haltet Abstand, denn dann kann er echt zur Diva werden, aber mal ehrlich, wen geht das nicht so? Er hat aber auch eine sehr sanfte Seite, kuschelt ab und zu auch mal gerne und ich bin mir sicher, hätte er Hände, würde er mir in einigen Momenten sicher auch die Haare halten. Er liebt es zu trainieren und Neues zu lernen. Er ist ein richtiger Charakterhund, der auch mal zum Clown mutiert. Loki, ich hoffe, dass du uns noch viele Jahre begleiten wirst und wir noch viele tolle Momente zusammen haben werden.